ja leute da bin ich wieder und herzlich willkommen auf meinem kanal und ja wir spielen mit claire redfield auf welchen ewe 2 remake weiter auf arsenario und ich glaube ich habe alles oder ja 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 das reicht ja ich habe schon das heißt so kassel um nur mit ihr die epistole rum na ja das nicht mehr auf die pfeil wird Hallo? Hallo? Jo, wir wissen was es ist kommen, ja? Ja, ich werde nicht schlafen. Hallo? Hey! Es geht nicht. Ich werde dich nicht schlafen, ich versuche. Du brauchst Hilfe? Hier, du kannst du meine Hand nehmen. Du brauchst Hilfe. Entschuldigung, ich verstehe dich nicht. Du brauchst Hilfe. Warum? Er ist hinter dir. Was? Gehör. Ja, werken. Was ist das? Oh, was ist das? naja klar gib mit deinem Auge gib mit deinem Auge csg gib mit deinem Auge gib mit gib mit Halt! Halt! Eeeh! Kipptokani! Kipptokani! Eeeh! Kipptokani! Kipptokani! Jawohl! Oh crap! Oh Gott! Warum klappt es auch nicht? Mettere Something... Ja... Weil Leo hat doch geklappt, warum klappt es bei ihr nicht? Na ja. Alles ist gut. Ich brauche, dass du die Bühne schraubst. Kannst du mir helfen, meine Mutter zu finden? Ihre Mutter ist hier unten? Ich glaube so. Ich hoffe so. Ja. Natürlich. Ich werde dir helfen. Okay. Wo ist mein Messer? Das brauche ich. Das andere kann ich da lassen. Weil die sind eh ja schon kaputt. Junge, Junge. Der zu mir zwei Heilungen. Verbrauch. Und. Ja. Ja. Echt super. Der ist so ein Monster, ey. Aber ja. Das muss eigentlich. Äh, ich glaube alles, oder? Ja. Jo. Eigentlich ist es ja nicht so schwer zu besiegen, aber. Mit Messern geht alles. Und. Hier. Echt. Ja, das war das klein. Da. Das geht nicht. Du hast es geschafft! Also, wie ist deine Mutter? Sie arbeitet an Umbrella. Sie machte eine neue Medizin. Umbrella? Das große Unternehmen? Meine Mutter ist immer bei der Arbeit. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass du sie wieder sehen kannst. Also, wo ist dein Vater? Er hat mit meiner Mutter gearbeitet, aber er ist weg. Wow, beide meine Eltern sind weg. Es ist nur ich und mein Bruder. Oh, ich bin sorry. Es bedeutet, dass wir etwas in common haben. Und das ist ein gutes Ding, oder? Okay. Ja, ganz genau. Äh, das können wir schon mal reinlegen. Äh, das auch und das. Weil jetzt kommt was Gefährliches. Und das hier. Wir brauchen noch ein paar Pistolen-Munition. So. Wir brauchen erstmal einen Raketenwerfer. Ich brauche erstmal einen Raketenwerfer. Hier. Komm schon. Over da! Es ist geöffnet. Ah. Dammit. Wir brauchen eine Karte. Komm schon. Hier, raus. Und du bist sicher, das ist der Weg? Das ist wie meine Mutter mich letzte Mal. Sherry? Ich habe mich überall schauen, Sherry. Bravige kleine Mädchen, verlassen Sie die Haus in der Mitte dieser Beste. Auf der Boden, hinter dir. Du kannst dich nicht ernst. Auf der Boden. Jetzt. Sherry? Tie ihre Hände. Warum machst du das? Shut up. Tie her. Okay, dann. Du tie sie jetzt, oder sie sterben. Was ist das alles? Es ist eine Kindheit, für Sie. Sherry? Komm her. Was soll sie mit ihr tun? Keine Ahnung. Wenn du sie hörst, sagst du Gott, mein Bruder ist Darsen, und ich will... Sherry, komm hier. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Claire! Sherry? Komm mit mir jetzt, oder sagen wir Glückwunsch zu Claire. Okay, okay, ich gehe. Komm her, was soll ich nicht tun? Du musst mich nehmen und ich nach meiner Mutter tragen. Absolut. Das ist das, er ist voll. Oh. Stopp'hörterin' sie, bitte. Du sagst mir, wie du mein Job machst. Stopp'hörterin' mich nicht! Du lass mich weg! Ich lass mich weg! Obviamente niemand und dich übblasen! Wir werden das verletzend. Wir werden das weg. Wir werden. Ich lass mich weg! Ich lass mich weg! Ich lass mich weg! Ah ja, geh weit gegen Frauen. Ja. Jetzt noch nicht, aber später. Ja. Du bist tot, ne? Äh, ja. Komm. Nehme ich das jetzt mal schon mal. Oh. So. Warum ich die Macht nicht mitnehme, das ist ganz neidbar. Äh, kann ich das jetzt auch schon untersuchen. Oh. 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 die du bist tot hier noch nicht ja die fliegen tut mir leid kumpel jetzt wo ich die pistole habe ich würde sagen einfach da ich wollte darunter ich musste den passagen ablegen da bin ich wieder zu voll das rein und so ja die tp waffe ist gut aber ich würde schnell da reingehen aufmachen zwei rote pflanzen echt viel aber schade dass sie nicht durchlaufen kann das ist das ist schade 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 Ja, ja. Ihr habt es schon gesehen, Kompid. Was ist gleich der nächste, ja? Seht ihr, die Waffe ist zu gut. Das ist einfach. So. Ja, ich glaube, ich fühle kein Platz mehr. Äh, ärgerlich. Na ja. Na ja. Na ja. Gute Pflanze. Na klar. Gut. Mann, muss ich schon wieder in den Safe kommen. Das rein. Das auch, das auch. Na ja. Das Messer brauche ich noch. Ah. Ja, ich weiß. Was? Welch. Achso. Ich kann nicht mal so reinlaufen. Ach, schon wieder voll. Das ist super. Achso. Ja, der Kapfen. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Achso. Achso. ok der ist tot und noch was ach so nee brauche ich nicht ok roter rubin wissen das ja oder ich bin überfüllt wieder mal wieder doch noch mit irgendwann noch so ein kampf ich glaube pflanze ja naja wird weiter weiter 50 schüsse ja ich weiß dass ich früher voll bin warte naja 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 gleich raus ja 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 kumpel du steht auf ich weiß ja da hast du es schenk ich dir hat er lebt noch jetzt wird nicht mehr ja jetzt habe ich was platz befindet ding die pflanze ja bitte rein es hat immer so viel platzmangel man hat nie zu viel platz doch das wird noch mitnehmen ok also ich mache den schluss mal hier heute danke für zu sehen ich habe es hat euch gefallen gibt es doch gefällt oder nicht und ja für jede unterstelle würde mich freuen und ja wir sehen uns bald wieder also bis dann tschau tschau leute